Nummer 5 Wahl Elite Pro ist, trotz des Wortes Pro, ein Haarschneider für den persönlichen Gebrauch. Er unterscheidet sich von professionellen Maschinen durch Motor und Klingen, die selbstschärfend sind. Wahl hat den Motor mit 15% mehr Leistung als der Premium Power Drive Motor verbessert. Das Tolle an den Wahl Elite Pro Klippern ist, dass sie mit einem sehr kompletten Satz Kämme geliefert werden. Diese sind von hoher Qualität, da sie Metalleinsätze im Anker haben und der Kunststoff sehr haltbar ist. Wahl Elite Pro ist eine Maschine irgendwo zwischen professioneller und privater Nutzung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Detailer ist ein kleinerer und kompakterer Trimmer als andere Wahlmodelle. Dies liegt daran, dass es sich um eine Maschine handelt, die für Präzisionsarbeiten wie Justierungen und Nachbesserungen ausgelegt ist. Die Klingenbreite ist schmaler als die einer normalen Wahlhaarschneidemaschine. Er hat keinen Vorschubhebel, sodass die Möglichkeiten zur Erzeugung von Schattierungen und Ausblendungen begrenzt sind. Es handelt sich um eine Spezialmaschine und ihre Leistung ist geringer als die anderer Haarschneidemaschinen, wenn er für bestimmte Arten von Arbeiten eingesetzt wird. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Er ist die drahtlose Version des klassischen Wahl-Super-Taper. Der Motor ist anders, schwingt nicht, sondern dreht sich, ist weniger leistungsstark, sodass er weniger zu Vibrationen neigt. Er hat einige Vorteile gegenüber der drahtlosen Version und besteht darin, dass sein Gewicht wesentlich geringer und damit leichter ist. Die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus beträgt 90 Minuten. Wegen seines geringen Gewichts und seiner einfachen Handhabung ist er eine gute Option, die ich jedem empfehle, der ein hochwertiges Haarschneidegerät sucht. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Magic Clip ist der ideale Haarschneider zum Erstellen von weichen Schattierungen und Übergängen. Seine Klingen aus verkromtem Stahl sind flach und machen es leicht. Der Fairstail-Hebel bleibt stabil, wenn wir ihn in einer wählbaren Länge zwischen 0,8 und 2,5 mm positionieren. Sie können ihn manuell auf 0 setzen und erhalten dann eine vollständige Rasur. Magic Clip gehört zur 5-Sterne-Reihe und sein V5000-Motor hat auch im Dauerbetrieb eine hohe Leistung und überhitzt nicht. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 1 Wahl Super Taper ist ein Klassiker. Unverwechselbar mit seinem weißen Gehäuse ist er einer der meistverkauften Haarschneider der letzten Jahre. Er ist leistungsstark, solide und robust. Er kann sowohl Menschen, die zu Hause Haare schneiden wollen, als auch professionelle Friseure zufriedenstellen. Er arbeitet nur mit Kabel, hat einen leistungsstarken Oszillationsmotor V5000 mit 6000 Umdrehungen pro Minute, Der einen Dauerbetrieb ohne Überhitzung ermöglicht, wiegt 450 Gramm, hat verkromte Klingen, einen Vorschubhebel von 1 bis 3,5 mm, enthält vier Führungskämme von 3, 6, 10 und 13 mm. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.